Leute, das kann man sich wirklich nicht ausdenken, was die CDU für einen peinlichen Werbespot hier veröffentlicht hat. Und als ich den zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ein Fake sein. Da hat irgendjemand mit KI eben eine andere Tonspur drüber gelegt. Denn ich meine, so einen sinnlosen Plot, so emotionslos vorgetragen, das kann einfach nicht ernst gemeint sein. Und doch, er ist echt, es gibt sogar eine extra dafür eingerichtete Webseite der CDU. Haltet euch fest, das tut wirklich weh. Zucker oder Salz, Herr Vogt? Zucker bitte. Salz schmeckt doch gar nicht. Ich kann wirklich jetzt schon nicht mehr. Also wie es Herr Vogt wirklich schafft, diese zwei Sätze völlig emotionslos vorzutragen. Als ob er wirklich sogar diese zwei Sätze noch ablesen müsste. Und es tut mir leid, aber das Ganze dann noch mit einem schauspielerischen Talent von der Essiggurke. Wer bei der CDU hatte bitte die Idee für dieses Skript? Und das Schlimme ist, es geht noch weiter. Sehen Sie, manchmal sind die einfachsten Entscheidungen die wichtigsten. Wie damals, nach dem Mauerfall, wo wir alle mit angepackt haben. Wir Thüringer wissen doch, worauf es ankommt. Wir sind anständige und fleißige Leute. Wir wollen die Probleme angepackt wissen, aber mit Anstand und Vernunft. Wissen Sie, Herr Vogt, ich bin alt genug. Wenn ich manche so reden höre, mache ich mir große Sorgen. Das habe ich alles schon erlebt. Wir Thüringer lassen uns doch nicht den Kaffee versalzen, oder? Oh bitte, liebe CDU, für wie blöd haltet ihr eigentlich eure Wähler? Also mal davon abgesehen, dass diese Bestrebungen, die Oppositionspartei zu verbieten, dass man hier ganz bewusst die Presse- und Meinungsfreiheit einschränkt, indem man ein unliebsames Magazin aus dem Verkehr zieht, weil es wohl zu regierungskritisch war, oder Regierungsentscheidungen, bei denen sich ganz bewusst überwissenschaftliche Erkenntnisse hinweggesetzt wurde, und diese auch niemals öffentlich geworden wären, hätte nicht jemand vom RKI so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er die Files ungeschwärzt veröffentlichte? Das lässt mich tatsächlich an Zeiten erinnern, die ich im Geschichtsunterricht gelernt habe. Aber jetzt kommt der beste Teil, es wird nämlich noch viel absurder. Solche Gespräche werden in vielen Küchen und vielen Wohnzimmern in Thüringen geführt. Denn diesmal geht es um mehr als Politik. Ihre Entscheidung prägt unser Land für die nächsten Jahre. Richtig, wer kennt es nicht, die Gespräche über Salz oder Zucker im Kaffee in den Thüringer Wohnzimmern und Küchen. Wobei hier wohl der Zucker für die süße CDU stehen soll und das unpassende Salz für die AfD. Nein, Herr Vogt, dieses Video ist einfach nur ein weiterer Beweis dafür, wie weit die Politik von der normalen Bevölkerung entfernt ist. Und selbst wenn Sie versuchen, bürgernah zu erscheinen, erreichen Sie damit das exakte Gegenteil. Worüber die Menschen zu Hause reden, sind die hohen Energiepreise. Es ist die schon wieder angestiegene Inflation in diesem Jahr. Es sind die enorm hohen Steuern- und Abgabenlasten, bei denen sich viele fragen, wofür arbeite ich überhaupt? Warum gehe ich nicht ins Bürgergeld? Es sind die erschreckend hohen Zahlen an Straftaten, die immer weiter explodieren. Und ja, besonders im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, diese sind seit 2015 kontinuierlich angestiegen. Also seitdem die CDU unter Angela Merkel die Grenzen geöffnet hat. Und es sind die absurd hohen Summen, die wir in Entwicklungshilfe stecken, in über 8400 Projekte, die insgesamt uns über 68 Milliarden Euro kosten. Und davon profitieren ja auch nicht einmal die Länder, die man vorgibt, zu unterstützen, sondern am Ende hauptsächlich linke NGOs. Aber da die CDU ihre eigenen Wähler wohl für besonders schwer von Begriff hält, sagt man am Ende nochmal ganz deutlich, was sie zu denken haben. Ja, und die CDU ist sich wirklich nicht zu schade, auch noch einen 8-jährigen Junge für ihre Zwecke zu benutzen. Denn der wird sich wohl kaum für Politik interessieren oder irgendeine Ahnung haben, worum es hier eigentlich geht. Er plabbert einfach nur das nach, was man ihm vorgesagt hat. Und liebe CDU, auch wenn dieses Wahlplakat hier nicht aus Thüringen ist, ihr habt damit ganz klar gemacht, was bei euch Priorität hat. Und da helfen dann auch solche Plakate nicht, denn es glaubt euch wirklich kein Mensch mehr. Ihr kennt ja scheinbar nicht mal die Sorgen der normalen Bürger. Ihr geht eins zu eins den Weg weiter, den Merkel eingeschlagen hat. Und der hieß bis jetzt eigentlich, grüne Ideen umsetzen, bevor es die Grünen machen können. Und dabei dachte ich eigentlich, die CDU könnte nicht tiefer sinken, wie als sie den Reichstag mit dem Georgischen Präsidentenpalast verwechselt hat. Aber vielleicht fehlen die ja so oft, dass die gar nicht mehr wissen, wie das Gebäude aussieht, in dem sie eigentlich arbeiten sollten. Also hier nochmal im Vergleich, ja, haben beide eine Kuppel und so sollen am Eingang, aber ansonsten eben ein völlig anderes Gebäude. Aber auch der Spott für das neue CDU-Werbevideo bleibt nicht aus. So schreibt jemand auf X, Was ist das denn? So wenig Mimik kann doch kein Mensch haben. Ist es mit Hilfe von AI generiert oder redet ihr immer so? Und eine Frau schrieb, als Thüringerin möchte ich bei diesem Clip vor Scham im Boden versinken. Und das Gefühl kann ich absolut nachvollziehen. Also das muss man wirklich erstmal schaffen. Wie kann man als Partei so tief sinken, dass man in einem Wahlwerbevideo nicht einmal sagen kann, warum man die CDU wählen sollte, sondern man will im Grunde einfach nur vermitteln, ihr dürft nicht die böse AfD wählen. Sie konnten ja wirklich nicht einen einzigen Punkt nennen, warum man die CDU wählen sollte. Und dann am Ende noch diese billige Masche mit dem Enkeltrick, guck mal, selbst der kleine Junge sagt, die AfD ist doof. Deutschland steckt in einer tiefen Rezession. Die Wirtschaftsleistung ist zum zweiten Mal in Folge gesunken. Und ja, dass trotz der völlig utopischen Prognosen von irgendwelchen Politikern, die sich das wohl gewünscht hätten, Deutschland ist Schlusslicht der OECD-Lände, die Industrie wandert ab und ich kann garantieren, jedes Unternehmen, das abwandert, wird nie wiederkommen. Und dazu gibt es kein Wort von der CDU. Und auch das größte Problem wahrscheinlich für die meisten, nämlich die Zuwanderung, wird die CDU nicht angehen, denn das hat sie bis jetzt auch nicht gemacht. Dabei sehen wir die massiven Probleme durch Ausschreitungen in Frankreich oder jetzt die großen Krawalle in Großbritannien, bei der jetzt sogar eine Gruppe Briten Schutz in einem Restaurant vor einem wütenden Mob suchen musste. Die Videos dazu kann ich ja leider nicht zeigen. Und wenn sich dann ein Friedrich Merz von der CDU immer wieder versucht, bei den Grünen einzuschleimen, dann weiß man doch, wohin die Reise geht. Und überhaupt dieses ständige Versuchen, die Opposition zu unterdrücken. Ich meine, wenn die AfD so schlecht ist, wie alle sagen, dann könnten sich die Altparteien doch eigentlich nichts Besseres wünschen, als sie einfach mal mit an die Macht zu lassen, um dann zu zeigen, schaut mal, die können es ja auch nicht. Die haben euch viel versprochen, aber sie setzen nichts davon um. Die wissen es halt auch nicht besser als wir. Aber irgendwie glaube ich, die haben wahrscheinlich Angst, dass es tatsächlich unter der AfD besser sein könnte. Denn dann würden ja ihre ganzen Diffamierungskampagnen, die sie über Jahre aufgebaut haben, in sich zusammenbrechen. Und damit am Ende auch ihre gut bezahlten Posten. Und das wäre ja nun wirklich das Allerschlimmste. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.